Aus dem Lukas Evangelium Kapitel 24 Jesus begleitet zwei Jünger und so will er uns auch begleiten. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, hin zu dem Dorf Emmaus, das zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich engagiert über alles, was geschehen war. Und als sie so miteinander diskutierten und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten nicht, sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte sie, worüber redet ihr so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ihn ganz traurig an. Der eine, Heskloppa, sagte, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? fragte Jesus. Na, das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet, in Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien würde. Und zu all dem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, uns in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen und die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Einige sind von uns gleich zum Grab gelaufen und haben tatsächlich alles so vorgefunden, wie die Frauen es erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer vom Begriff. Warum rafft ihr euch nicht endlich auf, zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht all dieses erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von dem Bücher Moses und der Propheten, angefangen durch die ganzen heiligen Schriften. Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber sie ließen das nicht zu und sagten, bleibt doch bei uns, es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. In diesem Augenblick gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick war er vor ihren Augen verschwunden. Da sagten sie zueinander, brannte es nicht wie Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften aufschloss? Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die Elf mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte. Amen.